Zum Wort ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. Abstimmung über den Antrag des Ausschusses für Arbeit und Soziales, seinem Bericht 840 der Beilagen, zur Kenntnis zu nehmen. Wer diesem Antrag zustimmen will, der gebe bitte ein Zeichen. Das ist mit Mehrheit angenommen. Ist mit Mehrheit angenommen. Wir kommen.